Schicht im Schacht, so wie gerade in unserem letzten Beitrag, ist bei uns noch lange nicht. Weiter geht's mit... Äh, Moment Lian, ich glaube, das gibt einen ganz einfachen Trick, wie du 3D werden kannst. Echt? Was für einen denn? Geh einfach mal so ein Schrittchen nach vorne... Aua! Das ist... Aua! Das war gemein von dir! Glaubst du, wir sind hier im Zirkus? Und ich bin dein Clown, oder was? Nee, du im Zirkus, da war ich allein.